PC User 7 2010 Ab 2. Juni im Fachhandel Die neue PC User ist da. Die komplette PC Grundausstattung auf DVD. Alles was Sie auf Ihrem PC benötigen. Mit OpenOffice, GIMP, Firefox, 7-Zip, Antivir Personal und vieles mehr haben Sie für alle Bereiche die richtige Software. 18 Navis unter 150 Euro im Vergleich. So werden Sie Ihr passendes Navi finden, um am besten in den Urlaub zu kommen. Mit dem Extra Heft Microsoft Office 2010 haben Sie alle Neuerungen von Word, Excel und PowerPoint auf einen Blick und können diese sofort anwenden. Auch dabei der Microsoft Office 2007 Videokurs auf DVD. In zweieinhalb Stunden wird Ihnen alles rund um Word, Excel und PowerPoint Schritt für Schritt erklärt. Außerdem dabei bloggen mit WordPress, Windows Live Writer Training und über drei Stunden Videomaterial zu 50 Internet-Tipps und Tricks. Ohne Englisch geht heutzutage fast gar nichts mehr. Gerade im Zusammenhang mit Computern ist diese Sprache allgegenwärtig. Wer noch nicht das Glück hatte, in der Schule Englisch zu lernen, kann mit der Vollversion Langmaster Express Englisch das nachholen. Win Optimizer 2010 Advanced Kaum ein Tool eignet sich besser für die Optimierung und Wartung des Systems. Damit bleibt Ihr Computer so schnell wie am ersten Tag. Norman Antivirus Mit dieser Software schützen Sie sich umfassend vor Bedrohungen aus dem Internet. Es erkennt, blockiert und entfernt unerwünschte Programme wie Viren und Trojaner. Sie wollen anspruchsvolle Websites erstellen, besitzen jedoch keine HTML-Kenntnisse. Kein Problem. Mit NetObjects Fusion 9 können Sie einfach und in kürzester Zeit Websites erstellen. Die Programmierung übernimmt Fusion. Mit Turtix können Sie ein wenig Zeit vertreiben. Sammeln Sie Diamanten, springen Sie auf die Köpfe Ihrer Gegner und befreien Sie Ihre gefangenen Freunde. Ein lustiges Abenteuer in Jump-and-Run-Manier. Das E-Book bietet die Möglichkeit, fertige Geschichten aus den eigenen Federn in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir erklären Ihnen, wie dies funktioniert. Das und vieles mehr finden Sie in der neuen PC-User. Ab 2. Juni im Fachhandel. Ab 2. Juni im Fachhandel. Ab 3. 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 Juni im Fachhandel. Vielen Dank.